Herzlich Willkommen auf dieser Seite. Mein Name ist Benjamin Weibel und ich möchte Ihnen hier zeigen wie Sie pro Tag 37 neue Kontakte im Internet generieren können, wie Sie diese in wirklich heiße Interessenten verwandeln können und daraus dann auch Businesspartner für Ihr spezielles Business generieren können. Aber bevor ich Ihnen jetzt erzähle wie das funktioniert, möchte ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen wie meine Anfänge waren. Ich bin vor ca. 3 Jahren im Internet gestartet durch eine Businessmöglichkeit die ich dort entdeckt habe, weil ich auf der Suche war nach Dingen wie man Geld verdienen kann und das Business das sah ganz gut aus für mich. Ich habe dann in der Kontaktadresse den Herrn angerufen der verantwortlich für diese Webseite war und der sagte mir ja da musst du starten ist eine klasse Sache und ich sagte ja werde ich auch aber du musst mir sagen wie ich hier einen Affiliate Partner komme. Und er sagte mir dann das ist überhaupt kein Problem da gibt es ein Portal im Internet da kannst du täglich Leute anrufen, da sind Leute drinnen die wirklich sich interessiert für Geschäftsgelegenheiten und so kommst du zu Geschäftspartnern. Das habe ich dann gemacht da waren wirklich tausende Leute drinnen in diesem Portal. Ich habe im ersten Monat 600 Kaltanrufe gemacht. Ich kannte ja da niemanden und wenn sie schon mal Kaltanrufe gemacht haben wissen sie wie richtig scheiße man sich dabei fühlt. Den Magen hat es mir umgedreht. Ich war irgendwo zwischen 42 Grad Fieber und Erbrechen und ja das war ein Monat an das ich mich wirklich nicht mehr gerne zurück renne weil es grauenhaft war. Wirklich grauenhaft und nach diesem Monat hatte ich nicht einen einzigen Affiliate Partner für dieses Programm. Dann fragte ich in des Weiteren sage ich das funktioniert nicht sind alle desinteressiert wie komme ich an Partner und er sagte mir okay dann kauf dir doch einfach Leads. Da gibt es dieses und dieses Portal im Internet da kannst du dir Leads kaufen. Die haben sich schon für Geschäftsmöglichkeit eingetragen und die kannst du anrufen und dann werden einige bei dir einsteigen. Auch das habe ich gemacht. Unzähliges Geld rausgeworfen für Leads angerufen. Das Resultat war aus hunderten Leads habe ich einen einzigen Affiliate Partner gewonnen und der wurde niemals aktiv. Ja dann habe ich völlig entkräftet aufgegeben war natürlich emotional komplett am Boden Selbstwertgefühl zerstört aber ich bin ein Mensch der niemals aufgibt. Was ich mir in den Kopf setze das erreiche ich auch und so wurde ich ein Student des Internet Marketings. Ich habe mir unzählige Kurse gekauft weil ich wusste es gibt da draußen Leute die alles über das Internet wissen und die richtig deren Business über das Internet steuern können. Jetzt habe ich mir viele Kurse gekauft in den letzten drei Jahren und mir fällte einfach immer die Abrundung. Ich habe sehr viel gelernt ich kenne mich glaube ich nicht so schlecht aus im Internet Marketing aber es war nie so der Kreislauf dabei der für mich Sinn gemacht hätte. Ein Kreislauf der es mir erlaubt wirklich täglich neue Kontakte zu generieren, Leads zu generieren und diese auch zu verwalten und den Geschäftspartner zu verwandeln. Heuer im Juni passierte dann das Unglaubliche das worauf ich schon so lange gewartet habe und gesucht habe. Ich fand den fehlenden Puzzleteil in diesem Konzept und dieses Konzept war jetzt endlich für mich die Erleuchtung, die Abrundung wo ich endlich verstanden habe wie es funktioniert. Und in diesem Kurs den ich Ihnen jetzt gleich kostenlos zur Verfügung stelle zeige ich Ihnen wie Sie am Tag 37 neue Kontakte generieren können, wie Sie diese in heiße wirklich brandheiße Interessenten verwandeln können und dann auch Geschäftspartner daraus. Egal was Sie machen egal in welcher Nische Sie sind wie Sie Geschäftspartner oder Kunden daraus generieren können. Dieses Konzept das ist so genial ich muss dazu sagen dieses Webinar das für mich alles veränderte war vom amerikanischen Markt und ich habe mir das durch den Kopf gehen lassen und ich musste feststellen dass wir ausnahmsweise mal im deutschsprachigen Raum noch eine bessere Gelegenheit für diese Vorgehensweise haben als die Amerikaner. Ich habe das für uns für den deutschsprachigen Raum also eigentlich vorerst für mich so umgewandelt und es funktioniert klasse. Und diesen Kurs wie gesagt stelle ich Ihnen jetzt kostenlos zur Verfügung wenn Sie sich jetzt hier unten mit Ihren Namen und Ihrer E-Mail Adresse eintragen und dabei bekommen Sie die Zugangsdaten für diesen Kurs gleich per E-Mail zugesendet. Das ist wirklich 100 Prozent kostenlos da ist nicht irgendwie dann ein weiterführender Link für ein Pro Upgrade oder was ist wie das so üblich ist da draußen. Das ist der vollständige Kurs den Sie erhalten. Keine Bezahlmöglichkeit dort dass man irgendwie noch einen höheren ja habe ich ja schon gesagt Kurs irgendwie erwerben können. Nein Sie erhalten den vollen Kurs. Der Grund warum ich das mache ist weil ich mir vor drei Jahren gewünscht hätte dass mir das so jemand zeigt. Also tragen Sie sich jetzt hier unten mit Namen und E-Mail Adresse ein und dann sehen wir uns sofort im Kursteil auf der nächsten Seite.